Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Sons of the Forest, nämlich mit den lieben Hiski. Hallo. Und der lieben Marina. Hi. Und natürlich auch Buggy Bird. Moin, ich häng grad am Stein. Meine Wenigkeit. Ich häng grad am Stein. So. Hängst du am Stein? Was für ein Stein? Ja, ja, ich da hinten bei so einem Felsen da bin ich. Au. Irgendwas hat mich erwischt. Ach, das sind Kannibalen. Was ist da so ein Scheiß-Hannes, ey? Hatten wir grad unseren Spaß und der unterbricht uns einfach. Oh nein, wo bin ich denn wieder aufgemacht? Oh Gott, das will... Ich hab vergessen, wieder nachzuladen. Ey, meine Mieter, du. Wo ist noch einer? Ja, da bei Marina, glaube ich, ist so ein Gollum da. Äh. Hori? Äh, ich häng hier irgendwo fest. Ach hier, ich muss mich losschneiden. Hori ist schon voll woanders. Ja, ich bin schon am Mordabfall, die haben mich erledigt. Oh, ein Ledermäppchen. Ach, die haben mich erledigt. Ja, ja, die haben mich ganz platt gemacht. Wieso sagst du das so im Nebensatz? Ja, die haben mich erledigt. Ach so, die haben mich platt gemacht. Du hast dich doch gerettet. Ich komm zur Rettung. Ja, da muss ich mir auch erst mal mein Getschus schnappen. Der rasende Roland-Alze-Rettung. Ach, da sind ja noch welche. Au, jetzt, okay, jetzt lieg ich. Wuhu. Gollum, Alter. Mach fertig hier. Gollum, mach fertig. Warte, ich muss es noch anregen. Ich hab mir gar nicht klar auf mein Moped, ey. Wo ist der Hannes denn jetzt? Da. Danke. Bitte schön. Das Film, wo war denn das Lager? Wisst ihr das noch? Ach, da. So, zack. Hab ich dich. So, ich hau ab. Schluss jetzt hier. Ruhe. Wo liegt denn meine Leiche? Einfach überfahren einmal. Wie, wo liegt meine Leiche? Deine Leiche? Dein Rucksack wird auf der Map parkiert. Ach so. Der wird eigentlich mitgeschleppt. Wuhu, vorne. Ah nein, der wird mitgeschleppt. Dann muss ich nochmal zurück. Wuhu. Wuhu. Leider lassen sie dich dazu dadurch nicht beeindrucken. Oh, schade, nicht getroffen. Au. Au. Ich hab ja kaum Gesundheit. Ja, ich auch. Ja, ich muss noch meinen Rücksack holen. Muss ein Virginia, wenn man sie einmal braucht. Ja. So. Oh Gott. Wo bin ich denn gesprungen? Au. Au. Ach, hier ist mein Pfeil. Gut. Äh. Ist, äh, Horry? Wo ist Horry? Ach, ich hol grad mein Zeug. Ach so. Nein. Nein. Ich bin tot. Warte. Ich muss ihn nachladen. Well. Okay, ist tot. So. Äh. Das sind noch voll viele. Oh, da kommt eine ganze, ganze Armee. Die ganze Gang. Ah, ja. Ich kotze die weit weg. Und so, ah, ja. So. Ach so, okay. Wollen wir nicht lieber abhauen? Nee, hier ist die Schottie, Leute. Hier ist die Schottie. Ach, hier ist sie? Okay. Ja. Au. Ja, dann haben wir noch so. Ich muss hier erstmal den Hannes. Warte. Ich hab auch nie ausgerüstet seit mittlerweile. Au. Oh Gott, der hat mich mit einem Schlag. Ich lieg schon wieder. Jetzt hab ich, jetzt hab ich die Schnauze voll hier. Wo ist die Schottie? Jetzt reicht mir das hier, du. Im linken, äh, Waffen. Huso. Koffer. Warte. Wo ist denn jetzt meine Pistole, Mann? Ich lieg. Steh auf, lieg wieder. Steh auf, ich lieg wieder. Au. Darf ich. Nein, ich Idiot, Mann. Mit dem Molli, ey. Oh, jetzt hab ich den vergessen anzuzünden. Hier, nimm das Alkohol. Hier, nimm das Alkohol. Reinige deine Verletzung damit. Und schon brennt alles. Warum? Wird. Wird Katze. Ne, voll. Kein Bock mehr hier. Auf drei war die Schottie, ey. Meine Fresse. Bei dir zumindest. Wenn man sie mal braucht, ne? Irgendwo hier war das, glaub ich. Jetzt, jetzt aber. Jetzt, jetzt die Schottie, Leute. Jetzt die Schottie. Ähm. Ich brauch nochmal meinen Vater. So. Da. Wann die Weißen zu 100%. Da. Nein. Krass. Du hast ne Orientierung. Irre. Hier. Super Buggy. Schreib mal allen. Ich sag ja, wenn ich das seh, denn. Ah. Denn, 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 denn läuft das. Aber wie gesagt, halt. Ich muss das sehen, denn so. Ja. Kann sich die Marina jetzt eben da raus. Wir könnten dem Kelvin ja auch mal was geben, ne? So. Waffentechnisches. Da. Ah, da, warte. So. Sehr gut. Juhu. Vielen Dank. Jetzt sind die Schottel. Der hat eine Schottel dabei. Jetzt hat er zwei. Ja. Ja. Alles klar. War ernsthaft, dass du das hier entdeckt hast? Oh Gott, ey. Mitten im Nichts wie, krass. Das hat sich die Frage, wie wir, wir, ja. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinbekommen können. Muss hier höhlenmäßig noch irgendwas geben? Warten wir noch irgendwelche verschlossenen Türen? Das bin ich ja am überlegen. Ja. Wow. Also, wir sind da an sich mit dem Ding echt schnell. Ja. Man kann auch die Pistole rausnehmen. Ja. Während man fährt, schießen. Drive-by-Shooting. Ja. Deswegen, man könnte extrem schnell die Wege einfach lang gehen und einfach gucken, ob da irgendwas auf dem Weg ist. So eine Tommy-Gun wäre auch nochmal geil mit dem Ding, als er so... Und ein langes Ziel. Und da sind wir doch hergekommen, Whisky. Stimmt, da gehen wir einmal rechts abbiegen. Zielen ist echt... Oh, was ist das? Oh. Ich habe so eine Art Mutation, ich weiß... Weiß nicht. Oh, so ein Flickflack-Florian, Alter. Das sieht so ein Flickflack-Florian aus. Komm, ich mache... Au, boah. Sorry. Alter Schwede, ey. Oh, nee, da nehme ich einen Molly, glaube ich. Oder hier. Ach, nee, eine Granate, das kann ich nicht machen. Dann seid ihr auch gleich mit weg. Ich auch. Nee, kannst du ruhig... Ich lecke ihn ab. Er kommt zu mir. Hilf ihn, Buggy. Benehm die wieder. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich habe gerade einen Molly angezündet. Warte. Weg. Eine Hektik, ich chill. Ja, ich chill neben dir. So. Ach, vielen Dank. Ja, doch, jetzt müsst ihr doch wieder da sein, ne? So, wo ist der Hannes jetzt? Flickflack-Florian hier. Ah, hinten. Ah, da. Ach, du liebe Güte. Ach, da. Hey, Buggy, komm zu dir, oder? Ah, scheiße. Flickflack-Florian. Ja, das war knapp daneben. Ah, nur ganz dezent, ne? Hoppla, ja. Ich glaube, er hat sein letztes Flickflack gemacht. Ich habe keine Mutter. Blöder Hannes, du. Und rein mit den Messern. Ah, ich kriege auch noch was. Oh, der Wurmboy oder so wäre auch ein guter Name für den. Wurmboy, wie so super. Flickflack-Florian ist schon legendär, ey. Oh, herrlich. Oh, Muni. Ich schätze, wir müssen fast mal wieder jede Höhle wieder nochmal ablaufen, oder? Deswegen, ich bewege mich. Wo ist mein Fahrteil wieder? Ich vergesse es. Es wird auf der Höhle angezeigt. Ja, ich weiß. Ich verliere es jedes Mal. Die Richtung. So, ich fahre mal. Hier ist noch ein Fahrteil. Da sind noch zwei. Ach so, ja, dann wird das wohl meiner und, äh, oder Hori ist meiner sein, ne? Oh, ist der zwei? Hier ist einer. Hat Hori jetzt auch einen, oder? Hori, ich mag... Nee, ich geh nicht rein zu Fuß. Nein, direkt hier. Hori, direkt vor mir. Da ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Sehr schön. Na, landen. So, kann losgehen. Oh, das wird super mit der Steuerung. Ach, du liebe Güte. Was ist so cool? Äh, da war ein Gräber. Stopp, stopp, stopp. Oh, Gräber. Vier Stück, ja. Piep, piep, piep. Au. Ich bin schon wieder am Baum hängen geblieben mit der Fresse. Au, jetzt bin ich übers Grab geflangen. Und wenn wir die Gräber rüber, alte Schwede, sah das geil aus. Schenden, Schenden, Schenden. Du, aber echt, ey. Mit dem Ding. Oder brauchen wir ja schon was, ne? Wie halt alle drei schon am Graben sind. Ja, beim Schenden darf man keine Zeit verlieren, ne? Darf man echt keine Zeit verlieren. Das ist das Beste weg. Die Leichen könnten weglaufen. Von Katzenfutter. Von Katzenfutter. Was hier schön ist. Ich hab jetzt gedacht, jetzt gibt's so voll das Special-Zeug irgendwie. Wenn man halt die Schaufel dafür braucht, aber... Nein, es ist nur so... Katzenfutter. Katzenfutter. Ich mein, wer beerdigt bitte seinen Verwandten mit Katzenfutter? Vielleicht war das mal ne Katze. Ach, da fällt mir mal gleich ein Katzenklo. Katzenklo. Katzenklo, ja. Das macht die Katze froh. Wo ist denn der Dosen? Ach, da ist der Dosenöffner. Ich zieh mir auch mal so ein Katzenfutter einig. Guck mal hier. Was geht? Das ist rot. Klupsch. Katjes, yes, 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 yes. Oh Gott. Nein, wo ist jetzt die letzte Dose hin? Ach, egal. Die letzte Dose. Nein! Vielleicht war so ein verdammter Stein wieder geflogen. Ah, Leben. Warum trinkt man ne Höhle mit Medizin? Liebe Güte, was ist denn passiert? Hattest du nen schlimmen Unfall? Nee, das Mutanten-Hann ist wieder aus dem Eck gekommen. Boah, du kannst doch Steine werfen, während du auf dem Motorrad, ey, auf dem Motorrad, auf dem Einrad bist. Boah, ich komme auf dieses Einrad, aber auch gar nicht so geil. Klar, Alter Schwede. Ey. Oh, ist hier am Baum gemauelt? Hast du am Baum gestoppt? Au, oh Gott, wo fliege ich hin? Wo ist auch da unten, ist das Ding? Alter, ich häng schon wieder am Baum fest. Boah, die Steuerung ist ja auch echt wild, Alter. Au. Vor allem, man sieht ja den kaum, in welche Richtung man eigentlich ist, ne? Oh, hier ist wieder, ist hier, hier ist, wie denn, äh. Bei den Kurven muss man echt langsam sein. Ein, äh, Zelt. Wuhu. Alter, das ist der Sonnenbank-Philip hier. Oh, hier fängt man den Stang drauf. Ja, Seile. Sonnenbank-Flavor, Sonnenbank-Billy, okay. Ab in die Eier. Ah, ja. Ruhe. Ramen-Nudeln. Mm, jam, jam. Oh, Ramen. War noch nie so voll gegessen. Ups. Da unten ist, glaube ich, was am... Hilfe. ...mehr. Oh. Hm. Sollten wir uns mal angucken. Ach, das ist wieder so ein Johnny. Ach, da ist... Ja, pass auf, ich hab dich rot blind. Nur nicht gezielt, blöderweise. Hörst du ein Krachen. Oh, ein Ledermäppchen. Der hat sich hingeklickt. Guck mal, wie das Gesicht aussieht. Nein. Nein. Mö. Oh, der mit der Schaufel direkt rein. Oh, wie viele sind denn jetzt, Alter? Alter, wo hast du den mir hingeschossen bei der Fresse? Ich weiß nicht. Sieht doch ganz normal aus. Das war wohl nichts. Also, ich mein, die Armbrust ist ja schon nicht schlecht, ne? Aber das Nachladen, Leute, du, das dauert. Ach, da kommen wieder welche. Aber wie viele gibt's denn von denen eigentlich? Ja. Wie viele gibt's? Ja. Dankeschön für diese präzise Antwort. Kann er mal sterben jetzt? Na, kannst du jetzt mal sterben? Hallo? Geht doch. Alter, geh mir aus dem Weg, du Hannes. Ah, ich steh wieder. Ich schmeiß dir mein Einrad drauf, du Penner. Äh? Gut, dass es keinen Todeskontakt gibt. Wer wie oft liegt. Ja. Wie er darauf hingewiesen hat, dass er selber liegt, grad. Ja, deswegen. Ganz dezent. So sollen wir kurz an den Strand, weil ich hab da was gesehen, glaub ich. Dann ab zum Strand. Ah. Uh, moin. Äh, immerhin. Nein, 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 ein Rad. Aua. Bäh. Nein, Baum, Baum. Ah, da ist das ein Karten. Ah, hallo. Mich hat schon wieder voll gebrettert. Schau doch, man kann's nicht mitnehmen. Oh, ja, aber hier gibt's ein Anziehzeug neues. Scheiß Pritsche, ey. Geh doch mal weg, Mann. Oh, und ein Fernglas gibt's, cool. Oh, und was will man damit? Ja, jetzt sehe ich die Marine aus, ganz nah. Hallo. Ja, ja. Jetzt kann ich voll in deine Nase gucken. Also hier ist Medizin. Wer braucht. Ach, Medizin? Oh, ja, ich will. Hier, wo ich stehe. Also einmal da. Hier. Ah. Was bringt das, wenn man die Reichweite ein bisschen runtergestellt hat? Was für eine Reichweite? Äh, Sichtweite, Entschuldigung. Äh, da werden Sachen später erst, ähm... Ich mein, für das Fernglas. Ich glaub, das Fernglas hat dann einfach nur mal ne... Keine Ahnung. Das Fernglas haben wir auch schon gefunden? Tarnanzug, oh. Ja, Fernglas ist da hinten im Kanu. Ach, im Kanu, also. Ich geb mal einen Tipp. Ah, ja, alles klar. Äh, schlag das Ding mal. Den Gaskofer. Mit der Axt oder so. Äh, nee, das ist keine gute Idee. Ich hab den Gaskofer-Mittag. Super. Au. Das mach ich im echten Leben auch immer so. Aber wie man sich auch hinlegt. Äh, jetzt hab ich jetzt grad Medizin genommen. Ich glaub, ich mach das nicht. Aber breitbeinig voll auf den Rücken. Ne Uhr. Noch ne Uhr. Ich hab nur ein Medizindings gefunden. Gibt's noch mehr? Ich hab, ich hab drei Stück gefunden. Zwei oder drei waren's, ja. Äh. Äh. Ah ja. Hab ich jetzt auch. So, was wollen wir machen? Wollen wir vielleicht am Strand entlang die ganze Insel erkunden? Aber diesmal nicht Richtung, nicht Richtung zu Hause, sondern nachdem Richtung, anders zu Hause. Von der anderen Seite her. Ja. Oder? Okay, das heißt, links, rechts. Rechts. Ui. Äh. Au. Ist hier noch so ein Moped? Weil irgendwie. Ja, am Strand eins. Ah ja, okay. Dann hol ich mir das eben. Das ist deins. Nein. Das ist aber cool am Strand, das dann zu machen, weil der Weg so schön breit ist. Ich mein, wenn wir ja was sehen im Inland, können wir ja immer noch reingehen. Ja. Oh, schön durch den Wald mit dem Ding, Alter. Oh. Das ist echt cool. Oh, voll weggeballt. Bam. Man hat so eine gute Mobilität damit, das ist heftig. Seid ihr noch da? Ich bin noch da. Mein Moped stürzt gerade die Klippe runter, ja. Wie so bist du auf einer Klippe? Schmaulen. Ja, ich bin oben durch den Wald gefahren, weil ich eine Abkürzung nehmen wollte, aber das war nicht die beste Idee. Weil, äh. Steht so ein Hannes wenigstens auf dem Stein. Du fangst immer die besten Geschichten an. Ich kenne Abkürzungen. Das Moped ist halt, ja, schwierig im Wald zu fahren. Glaub mir, das ist eine Abkürzung. Hier ist eine Höhle. Ich komme mir sogar ziemlich zu kann vor, ja. Wollen wir die gleich noch vor? Warum nicht? Warum nicht? Gehen wir mal gleich da rein. Haben wir da nicht schon drin? War nicht alles voll mit Eis? Ich glaube schon, ja. Vielleicht hat man, ne, Sachen sind eh Resport, vielleicht ist da noch Material drin, mehr Medizin. Hallo? Ich bin doch abgesprungen, warum baulst du dich? Ich hole mir noch ganz kurz was zu trinken. Ich bin, glaube ich, da. Viel Erfolg. Ist dann wieder in diesem Bunker, wo er ja auch ganz nicht weg war. Ah, das ist sicherlich erst kurz was zu trinken geholt. Aber gute Idee, denk dran, immer schön trinken. Schön hydriert bleiben. Hm, so, ich muss mal kurz. Hier, so, ich bleib jetzt hier sitzen, bitte, bitte mich nicht stören. Äh. Weißt du, wie creepy das aussieht, als... Ja. Ich mach davon mal ein Foto. Ja, bitte. Ah, herrlich. Schön Screenshot. Ach, Möwe, ja, das mach ich auch immer so, durch die Steine durchstarten. Kein Problem. Geht die jetzt hin? Ach so, wir wollten ja rein, stimmt. Ja, ja, nee, ich... Ich wollte nur gucken, wie die Möwe durch den Stein durchfliegt. Du willst mir das immer sagen, ich hab ein Kurzzeitgedächtnis von mehreren Sekunden. Ich wollte nur gucken, wie die Möwe durch den Stein durchfliegt. Also, das ist... Wir haben hier ja schon... Das ist eine gute Ablenkung. Deine Herren. Das war nur eine Ausrede, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Müsst du mir nur irgendwas zeigen und schon bin ich verwirrt. Gasflasche... Unterhaltungsbunker. Wir haben, okay, einen neuen Ort entdeckt. Wie, Unterhaltungsbunker? Was, hier waren wir doch schon drin, oder? Ja, aber die Höhen haben wir neue Sachen bekommen und so alles teilweise. Unterhaltungsbunker? Das ist ja geil. Waren wir da nicht schon drin? War das nicht das mit der Gitarre? Das ist aber auf der Karte. Hier ist übrigens auch Munizieren und so alles, ne? Die Karte können wir grad nicht... Ich mach mal die Lampe an, ey. Achso, also sind wir gar nicht im Unterhaltungsbunker, aber wir haben jetzt den Ort runtergeladen. Genau. Ja, genau. Ah, okay. Achso. Ja, das ist gut, wenn es auch für andere Orte das gibt. Hm. Flattermaus. Hm-hm. Hübsche Flattermaus. Guten Tag. Hallo? Also, ein Flattermann schwirrt hier noch. Das ist Flattermausland. Was war das für ein Geräusch? Das war ein Motor, das draußen vorbeigefahren ist. Hm. Achso. Was hast du denn für eine Geräuschkulisse? Ja. Spielst du im Garten, oder was? Das muss ja sehr nah gewesen sein. Ob du das auf dem Land, ne? Ich stell mir jetzt Hisky gerade vor, wie er im Garten sein Equipment aufgebaut hat und erst mal im Garten zockt. Man macht's gesagt, ich soll draußen spielen. Äh, äh, Marina? Die frische Luft. Links? Was? Hinter dir? Was? Vorsicht. Oh, aber das bin ich hier. Entschuldigung. Wo ist Virginia, wenn man sie braucht? Nicht da. Ich seh auch ja nichts. Komm. Vagy, es ist nicht so schlau, um den Rucksack reinzugehen, wenn du angriffen wirst. Hä? Hä, wieso? Das war doch, ging doch sonst immer, Alter. Was ist da los, Mann? Das ging doch nie. Hä, was? Das man angegriffen... Hä, doch. Nein. Hol dich gleich, Horry. Ich hab nur grad Probleme. Ich komm nicht richtig. Nein, nein, kein Problem. Ja, hab ich so einen Falsch, Alter. Alle, viele sind das von denen. Ja, ich, sorry, ich müsste mir denn jetzt erst mal was an den Kopf hauen. Danke schön. Alles gut. Danke schön. Okay, oh, das hab ich aber echt... Oh Gott. Das hab ich ja denn echt hart falsch in Erinnerung. Hoppla. Ach, schön, Banki, dass wir die gleiche Idee hatten. Ja. Ich wusste mir jetzt nicht anders zu helfen. Jetzt ist die Frage, haben die gefixert, dass jeder die Mutantenhaut einsammeln kann, wenn er eine andere schon eingesammelt hat? Ach so. Ich glaube fast schon, oder? Ja, ich will die nicht tragen, ich will die Haut haben. Nee, bei denen... Ja, doch, bei denen kann ich das noch machen. Ja, ich auch. Das muss ich das echt ein bisschen gefixt haben. Naja. Waren ja auch ein paar Patches jetzt, ne? So, dann erst einmal Medikamente und dann Mutantenus. Ja, ich muss mir auch mal ein bisschen Rüstung jetzt hier ergaunen. Oh. Echt? Das Spiel pausiert nicht? Warum hab ich das Detail denn vergessen, ey? Boah. Was? Das ist eine Gehäubertal. Alle anderen wundern sich, warum ist das Spiel pausiert? Warum geht es nicht weiter? Das ist was halt schwer gefroren. Warum sollte das Spiel denn pausieren? Bagi in einem Multiplayer-In-Online-Spiel. Ja, stimmt auch wieder. Ja, das war... Bagi spielt zu flitzige Player-Spieler. Ja, eindeutig. Das war's. Das war der Fehler. So, nee, den kann ich leider nicht mehr auseinandernehmen hier. Ja, woher A-Dring ist ja auch. Da gibt's auch keine Pause, wenn das im Menü gehst. Ah. Ja. So. Sechs Mutantenrüstung hab ich, alles klar. Du wirst dich dumm aus. Und noch ein bisschen Medizin reinpfeffern. Wollen wir dann die Folge beenden? Ja. Das ist ein guter Wettepunkt. Ja, dann danke, liebe Leute, dass ihr dabei wart. Und schaut auch gerne auf den Kanälen vom lieben Hiski vorbei. Und von der Marina. Tschö. Und von Bagi Bird. Jo, tschau tschau. Bis dann, tschau. Tschau.